Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei The Hunter Call of the Wild. Ja, heute bin ich wieder mal nicht alleine und wir werden heute mal ein anderes Let's Play machen. Wir werden nämlich ein Herausforderungsvideo... Ja, ihr seht, hier fahren auch Irre rum. Ja, also wir sind hier nicht alleine, hier fahren auch Geisteskranke durch die Gegend, die einfach mal hier von links nach rechts durch den Bildschirm fahren. Wir werden heute ein Herausforderungsvideo starten und uns gegenseitig betteln. Warte, wo ist der Psychopath? Da kommt er mit seinem Rasenmäher. Das ist ja scheiß Kissen, ich hupen kann. Das ist für eine geile Karre. Kannst du dich mitnehmen? Nee, ne? Ich würde gerne hupen. Warte, der Ranger Star Pro. Das ist der, wie es bei Harry Potter zu vergleichen, der Nimbus 2000 unter den Quads. Was? Alter! Achso, da bist du. Ich bin gerade hochgeflogen. Schade, ich dachte, ich könnte einen Reifenplatz schießen wie bei GTA. Ey! Oh, Alter! Oh, Alter! Was? Was ist denn das? Alter, die... Die... Überschlägt sich fast die Küste. Geil, sonst haben wir hier einen schönen Lärm gemacht, damit auch keine Viecher in der Nähe sind. Ja, nice. Haben wir hier schon was? Nee, es ist auch kein... Also, wenn ihr hier so lila, ne, so blaue Augenmäßige Flecken habt, dann ist das da Jagddruck-Hochgebiet. Das heißt, da sind dann eben erstmal keine Viecher, die da spawnen. Passiert dann eben, wenn ihr so Lärm macht wie wir jetzt hier. Also, ich hab... Auch gehört, wir wollten so eine Elch-Herausforderung machen. Oder? Was möchtest du haben? Warte, warte, warte. Was ist das jetzt für ein Viech-Moment? Achso, das war ich. Schwarzwedel-Hirsch-König, oder was? Was ist eigentlich mit deinen Augenbrauen? Wieso mit meinen? Hä? Habe ich mir gestern zupfen gelassen. Alter, wie sehen die denn aus? Hä, findest du das nicht schön? Die Praktikantin, die das gemacht hat, hat gesagt, sieht gut aus. Okay, und der hast du direkt geglaubt, ne? Ja, klar. Also, was machen wir? Ja, mir egal. Wir machen dann eine Elch-Herausforderung. Eine Elche, okay. Warte, erlege drei Elche und verwerte sie. Okay, warte. Was? Drei Elche und verwerte sie? Okay, das wird eine krasse Herausforderung. Drei Elche erlegen und verwerten. Drei Elche. Geil. Da machen wir einen Start, oder was? Ja, okay. Ich würde mal sagen, von wo aus denn? Von hier aus direkt? Ja, oder? Okay, was war das denn? Alter, raust du gerade an der Joint? Hä, nein. Was ist das denn für eine fette Tüte? Ich muss mich auf die Jagd vorbereiten. Das ist zur Konzentration. Okay, ich würde mal sagen... Hat mir meinen Arzt verschrieben. Warte, komm, genau. Rücken an Rücken. So, warte. Genau, okay. Ah, jeder läuft dann in eine Richtung, oder was? Okay. Nö, jeder kann aussuchen, wohin. Drei, zwei, eins. Ab geht die Jagd. So, wo sind die Viecher? Haben wir einen Heimer oder so? Oder machen wir einfach wirklich halt, bis die drei erledigt sind? Ja, kommt, wer zuerst drei geballert hat. Na, ist klar. Also Leute, bitte nicht falsch verstehen, das hier ist ein Videospiel. Ja, wir sind normalerweise Tierfreunde, aber das ist ein Videospiel. Und diese Kommentare, das, was wir gleich von uns geben werden, diese merkwürdigen Paarungsrufe oder sonst irgendwelche Fäkalien, Wörter, bitte nicht ernst nehmen. Es kann auch halt mal ausarten. Ist ja normal. Ihr kennt es ja bei Spielen. Wo bist du Schwein überhaupt hin gerade? Du weißt doch genau, wo die Elche nisten, ne? Du Schwein. Soll ich das jetzt wissen? Weiß ich nicht. Ich habe mir das auf jeden Fall vom letzten Mal gemerkt, wo ich ordentlich geknallt habe. Ich glaube, wir laufen so ungefähr in die Richtung, wo ich gerade eben schon so einen Bumpfschrei gehört. Du Schwein. Das Problem ist, ich habe leider auch keinen Duftstoff mehr. Dann lockt man damit auch Elche an, statt damit aus. Holst du doch hier so Hirsche. Ne, mein komisches Deo, damit die mich nicht riechen, mich stinkenden Penner. Ach, scheiße, gut, dass du das sagst. Das habe ich auch noch gar nicht aufgesprüht. Fuck. Okay, drei Elche wird hart, ey. Ich hätte vielleicht noch die Schrotflinte mitnehmen sollen. Boah, Alter. Ich rieche weggerotzt. Hauptsache tot. Wie nah willst du nur da rangehen? Boah, ich rotze da richtig rein. Wie bei Call of Duty. Ich bin ein bisschen belastend, muss ich sagen. Wieso? Ich konnte nicht mal ansatzweise das zweite Beta-Wochenende spielen. Bestimmt. Boah, das fackt mich da wieder richtig ab. Oh, ich sehe Spuren. Nicht dein Ernst, scheiße. Ob es Eltspuren sind, ist etwas anderes, aber ich sehe Spuren. Ich hoffe, das ist so... Schwarzbär! ...oder eine alte Losung, schön vergammelt. 900 Meter. 900 Meter? Hast du schon Vieh? Mmh, da sind's... Oh! Ne! Scherz. Boah, warte, wo bist du? Dann komme ich immer gerade vorbei und schieße mal mit drauf. Verpiss dich. Ich habe mir das vom letzten Mal gemerkt. Wir sind hier ja immer in den Sümpfen am Saufen. Und der werde ich hinmarschieren. In der Hoffnung, dass sie da wieder am Zechen sind. Und dass wir beide so ein Zorto rausgesucht haben, wo wir ungefähr wissen, wo welche sind. Ich hoffe, du findest keinen. Was hat hier... Mmh, Elch! Nicht dein Ernst. Scheiße. Elch gehend. Ist die Frage, ist das jetzt alt oder... Renn, du blödes Vieh! Was ist das? Schwarzbild, die Fresse! Ne Losung. Gerade eben... Mmh... Scheiße. Okay, das wird... Oh ja. Scheiße. Bin ich doch... Wo ist das Scheißvieh denn da? Doch in die falsche Richtung gerannt. Da müsste ich ja gerade eben voll von vorbeigelaufen sein, wenn das gerade eben war. Hoffentlich. Hallo? Von der Gier besessen. Einfach zu gierig. Aber hier, Fresspoint von Weißwedelhirschen. Das hilft mir ja ja nichts. Digga, wo sind die Viecher? Die Frage, das Viech geht hier so in diese Richtung. Aber ich seh keine anderen Spuren mehr. Das ist so nicht richtig. Geil, wenn man jetzt die Bildschirme teilen könnte, damit jeder sieht, wo wer hinrennt. Ach, guck mal, da ist der Penner. Oh, theoretisch. Kann natürlich auch sein, dass die mich wieder kilometerweit ersniefen. Weil ich so am Röcheln bin. Wie sieht's da aus? Was ist da? Wo zum Teufel ist diese Spur hin? Digga, wo sind die Häufel? Kann ich für ernst meinen? Kann ich irgendwie so einen Warnruf von sich geben, damit ich mal weiß, in welche Richtung ich laufen würde? Bitte nicht. Hier sind die doch immer am Nisten, oder? Das ist hier für die, wie einmal saufen auf Malle ist das hier. Bei den Sümpfen. 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 Ist das jetzt eine andere Spur? Alter, diese... Wazin hat nochmal diese Schwarzwedelhirsche, ne? Ich glaube, Weißwedelhirsche, oder? Da sind die Geschwatten. Ach so. Ach stimmt, es gibt, äh... Ah, hab ich jetzt auch. Weißwedelhirsche ist das aber bei mir. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Digga, ja. Ich kenne es ganz schlecht an. Fuck. Schuss hab ich auch bis hier hingewiesen. Halt's Maul. Ich hab daneben geschossen, weil ich so gierig war. Der Penner zittert auch immer beim Scopen. Oh, sind hier viele Malle... Oh, ja, bitte. Alter, wo geht diese Spur hin? Scheiße, der Penner... Das Problem ist, wenn sein Herz so rot pocht, dann kann er nicht vernünftig scopen, diese blöde Sau. Musst du grad mal ein bisschen runterkommen von der Luft her? Scopen. Scheiße, komm schon, du Penner, atme aus. Jawohl, der ist... Losung sehr alt, das ist schlecht. Das freut mich. Digga, haben wir direkt noch einen? Können wir direkt zwei auf einen streichen? Oh, Elchwahnruf. Okay, wir müssen uns beeilen. Der ist da vorne irgendwo angekratzt worden. Da vorne. Was rennt da denn? Ist das ein Schaf? Hä? Was ist das denn? Aber siehst du, ich hatte schon die richtige Nase dafür, dass die hier an den Sümpfen immer rumhängen. Ich bin nicht mal ansatzweise bei dem Ort, wo ich hinwollte, aber... Scheiße, ich habe auch mit der falschen Flinte geschossen. Ich habe auch hier einen Wahnruf gehört. Das war ich. Da sind sie, da sind sie, da sind sie. Sieht ihr so? Fuck, komm, renn, Junge. Renn. Mach mir den Vorschlag. Nee, Mann. Hasen zählen nicht, ne? Denk dran. Ich habe gleich mal so einen Kanickel-Herausforderung. Auf gar keinen Fall, Digga, die treffe ich nicht. Prärie-Hasenkönig oder so? Nee, 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 nee. Prärie-Hasenkönig. Scheiße, warum habe ich denn jetzt hier angekratzt? Da ist noch ein bisschen Kot, aber sieht nach Hasenscheiße aus. Hier ist der langgetapst. Die Frage ist, ist es auch der, den wir angehittet haben? Ich sehe leider kein Blut. Und das ist schlecht. Nein. 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 Du Bitch. Oh, du Scheiße. Du Bitch. Doch, Blut, Blut. Keine Organe getroffen. Das ist schlecht. Schieß daneben, schieß daneben, schieß daneben. Du kannst dich nicht... Da vier Stück auf einem Haufen. Scheiße, hier kommt her. Du kannst dich nicht konzentrieren. Du kannst dich nicht konzentrieren. We are family, Junge. Ja, ist egal. Du wirst versagen. Du wirst versagen. Du wirst versagen. Was? Du wirst versagen. Was? Du wirst versagen. Digga, Alter, die Scheißspuren gehen wieder überall hin. Hä? Fuck, Mann. Wo ist das wieder langer Rand? Hier einmal? Dann hier irgendwo lang? Hat das gesoffen? Wie läuft das denn? Frag ich mich auch. Okay, hier die Losung. Die ist auf jeden Fall gut. Das war doch nicht das Tier, oder? Guck schon. Ach, fressend. Fuck mich doch nicht ab. Ja, bei den Elchen ist es halt scheiße. Man muss die paar Mal anschießen, ne? Mhm. Mit so einem Blattschuss ist es leider nicht getan. Boah, die halten einfach viel zu viel auf uns, ey. Mhm. Deswegen hätte ich tatsächlich echt die Schrotflinte mitnehmen sollen. Wobei, ich glaube, so nah komme ich denen auch nicht. Hier ist eine Spur noch. Da hat das Ding hingeschissen. Was schreit da für ein Penner? Elch-Wahnhof. Ich hätte sie vorher mit Devo einsprühen sollen. Ja. Mhm. Habe ich nicht mehr. Was haben wir denn? Kein Geld. Pleite. Pleitejäger, Digga. Pleite, Pleite, Pleite. Ich bin eher hingegangen, habe mir Munition gekauft. Weil ich immer daneben schieße. Traben. Das ist was auch wichtig, aber. Scheiße, wo sind die Viecher? Ihren fetten Hufen. Das ist jetzt schwierig hier. Alter, die müssen auch durch so eine Scheißlaubkacke hier laufen, Digga, dass ich wieder Todeslaub bin. Hä, wie rennt das Vieh? Das hat doch x Beine. Das Moonwalk doch hier durch den Wald, das kannst du mir doch nicht erzählen. Was macht das? Das Moonwalk. Hä? Das Moonwalk. Wie rennt denn das Vieh? Es kann doch nicht sein, dass ich einen so einen fetten Elch so lange brauche. Nein, er hat geschossen. Scheiße. Ich hoffe, so einen schlechten Kanickel. Aus Frust. Einfach nur aus Frust. Was ist das denn? Was ist das? Ein Nickel wegschießen. Digga, Rudolf. Ja, dann ist ja ein Rentier, der zählt ja nicht. Nicht? Ah, nee. Digga, für mich sei das wie ein Hirsch. Muss ja. Jetzt, wo ich erst... Digga, wie laufen diese Viecher hier? Ja, das frage ich mich auch. Ich wette, ich laufe wieder in den falschen Eltis hinterher. Hey, jetzt rennt der wieder zurück. Was ist denn mit dem Scheißvieh los? Das war ich gerade auch. Hä? Hä? Jetzt rennt das hier. Ich habe die Fußspuren von einem Präriehasen. Jetzt rennt die wieder hier. Ich bin die ganze Zeit die falschen Spuren hinterher, ne? Digga, wo laufen die hin? Ich sehe auch gar kein Blut mehr von diesem Scheißvieh. Aber da schießt du irgendwo hin und dann... Das Einzige, was du machst, ist hier hinwursten. Fuck. Hä? Hä? Ich bin natürlich auch zu laut, ne? Also, ich stinke, ich bin zu laut. Das ist halt echt mit... Das Schwierigste hier an der Herausforderung. Da hatte die Älti halt nicht mit einem Schuss Dreckkriegsel. Mhm. Kein Wunder, dass die hier so Hackengas geben. Aber dat sieht momentan eigentlich gut aus. Nicht dein Ernst. Mach keinen Scheiß jetzt. Fuck. Darf ich nicht zu laut sein? Die Viecher sind... Übelst nah, gerade mit einem Warnruf. Fuck. Ich höre doch die Schritte. Kannst du dir erzählen, was du willst? Das kommt mir entgegenlaufen! Das hat was gesoffen! Hier, ein zweites Arschloch. Was? Was? Hä? Wie rennt denn dieses Vieh? Alter, wie viel bewegt sich denn hier? Was ist denn hier los? Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Ich höre so nichtmals, wie dieses Vieh rennt. Jetzt ist das wieder hier lang gerannt. Will das Vieh mich verarschen? Ja. Ich hoffe es. Ja, so sieht es auch aus. Hä, die Spuren gehen jetzt wieder da lang? Okay, dann renne ich jetzt da lang. Von der anderen Seite sind wir ja hergekommen. Das wird aber jetzt ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Hä, was ist das? Okay, jetzt gucken wir euch mal an, wie das Vieh gerannt ist. Das rennt, hier wurde es angeschossen, hier hat es ein Fragezeichen gemacht. Und dann rennt das hier so lang und dann hier schreckend. Das hat ein Fragezeichen gemacht? Ja, das ist wie ein Fragezeichen gelaufen. Ja, um mich zu provozieren, dieses Miststück. Was ist das? Also, ich will dich ja nicht unter Druck setzen, aber... Alter Hals, Maul. Hä, wie geht das denn so schnell, du Penner? Was? Na, Junge, ich bin der Family halt hinterhergelaufen. Ich auch. Und ich hatte tatsächlich Glück, dass ich das... ...eine Vieh tatsächlich sogar zweimal erwischt habe. Scheiße. Also, ich hätte ja auch von den vier Viechern jedes einzelne Eimer anschießen können, so, weißt du? Ja. Weil ich tatsächlich echt luck, dass ich das eine tatsächlich mit dem zweiten Schuss noch erwischte. Scheiße. Fuck. Kommt hier hinten, allerdings wird es viel größere Probleme. Jetzt rennt das wieder zurück, oder was? Dass ich hier ganz hinten irgendwo eins ja angeschossen habe, was mir entgegengelaufen kam. Und diese Spur muss ich jetzt erstmal wieder finden. Alter, ist das dein Ernst, ey? Scheiße. Ich brauche auch eins. Was war das für ein Scheißgeräusch? Scheiß, rundes Klopfen. Scheiß auf diesen Hase jetzt. Ah, der Druck ist jetzt hoch. Mhm, ist er auch. Was ist das? Schwarzbär, verpiss dich, Mann. Warum? Wenn so viele Schwarzbären wir befinden, können wir auch direkt hier so eine Auswahl mit Schwarzbären. Ja, was auf die kommen dann nicht, wenn wir die aktiviert haben. Wahrscheinlich. Der Schwarzbärkönig. Hast du geschossen? Ja, aus Frust auf so ein Reh. Mann. Das hat's. Ja. Wenn das hier lang rennt. Oder hast du es abgeschossen, weil du Geld brauchst? Das auch. Beides. Frust und Geld. Man kennt's ja. Jetzt mal ganz ehrlich, wie rennt dieses Viech? Das ist doch hier am Moonwalken. Das verarscht mich doch. Wer rennt denn so? Außer ein Elche. Hä, was ist mit dem Viech? Ich bin jetzt gleich wieder da, wo ich hergekommen bin. Hätte ich eigentlich auch warten können auf den Elch, dass er hier seine Runde rennt und wieder zurückkommt. Verwirrt. Hätte ich nochmal schießen können. Fuck. Das ist schlecht. Gerade vor. Sümpfe. Jetzt bin ich wieder bei den Sümpfen. Ist das die alte Spur von dem Penner? Du bist doch krank. Ja, ne? Willst du mich? Was? Ich hab hier einfach ne Leiche im Wald gefunden. Und ich dachte erst, ob das hier irgendwas vom Schwarz war und das sind meine Elch gewesen. Alter, du wirst mich doch jetzt verarschen, oder? Du wirst dich doch genauso verarschen wie dieser abgekackte Drecks-Elch hier. Drohendes Klopfen. Ich schieß euch alle übern Haufen. Ey, das gibt's doch nicht. Bitte sagen jetzt... Ich frage mich gerade, was für Elch habe ich denn dann verfolgt, wenn auf einmal eine andere Leiche lag? Ich glaube, ich renne gerade die ganze Zeit dem seine alten Spur hinterher, wo er hergekommen ist ursprünglich. Oh. Jetzt habe ich Kojoten hier, einen Schwarzbär. Was ist denn jetzt auf einmal hier los? Hat die Elch-Leiche hier so ein bisschen Raubtier angezogen, oder was? Was ist dieses Drecksvieh? Was ist er eigentlich? Aber durch das Jahr ankomme ich wieder richtig in deine Richtung. Verpiss dich. Das ist mein Zeug. Du musst erst mal ein bisschen hier nachziehen, ja. So ein Schwein, Alter. Was ist das denn so? Also als Frage, hast du die eigentlich auch aktiviert? Also hast du die drin? Wen? Die Elch-Jerausforderung? Ja. Und die ist oben links bei dir angezeigt, ja? Ja, also jetzt lenke mich ab, Schlampe. Nee, ich frage nur, weil ich dachte jetzt so, muss man die jetzt irgendwie einzeln. Hm, ist klar, Schlampe. Willst du ja nur ablenken. War doch nur eine Frage, Mensch. Nee, 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 nee. Ich weiß genau, dass du mich bezürzen willst. Weil, ja, was heißt bezürzen? Also, das, ähm... Ich meine, ganz ehrlich... Halt's den Maul. Wir können das halt auch einfach jetzt beenden. Das... Ich hab grad den letzten Elch genau vor mir grad für den Zerz geschossen. Die ist zu zwei Meter gelaufen und direkt rumgekippt. Also treffen wir uns irgendwo und machen eine neue Herausforderung oder wie sieht das aus? Nein. Warum? Kein Bock mehr. Also... Ich hab Bock auf Herausforderung. Ich hasse Herausforderung! Warte. Und ich hasse Elche. Warte. Ich hasse Elche. Mit deinem Sumpf da oben. Guck dir mal die lilanden Points an, wo ich langgelaufen bin. Ja, Alter, guck dir mal diese Spur von diesem abgeschissenen Elch an, ey. Das ist ja wohl eine Frechheit. Das ist eine bodenlose Frechheit. Das sind immer Elche Herausforderungen oder was? Nein. Ja. Ich glaube, es lag an meinem Deo. Ja. Das glaube ich auch. Safe. Safe an meinem Deo. Safe. Aber ich hab's auf jeden Fall drauf. Ja. Das Deo? Ja. Oder was schießen. Das auch. Ist das ein Drecksschwein, Alter? Jetzt kriegst du aus Frust genau du da. Du bist erstmal richtig über den Haufen geschossen. So. So. Bis das bleidig durchlöchert. Ist ein bisschen makaber, aber das muss sein. Es tut mir leid. Wir können auch hier so eine Herausforderung erst dann mit acht machen. Mit acht Elchen? Nee, wer acht Viecher erlebt hat. Egal, welche Viecher. Ja, das ist dann egal, welche Viecher. Aber es müssen dann so acht oder vier sein. Ich meine, vier finde ich schon ein bisschen lame. Ja gut, Alter, du musst mal vorstellen, ich hab, äh, wie lange spielen wir jetzt schon? 20 Minuten, ich hab noch kein Vieh. Ja, aber wir reisen irgendwo hier, wo nicht lila ist, hin. Und fangen da dann einfach nochmal ran. Ja, komm, dann machen wir es mal schneller mit vier Viechern. Mit vier? Ja. Okay. Vier Viecher reicht. Welche Hütte hast du über so freigeschaltet oder alles? Alle. Alle? Nein. Die oben über dem High Lake hast du, ne? Wir können die, ähm, welche können wir nehmen? Beim High Lake? Wo ist die denn? Äh, von dir aus einfach nur nach oben. Ähm, High Lake? Ja, hab ich. Da gibt's einen High Lake da und dann da oben kommt dieser North Lake und da rechts daneben ist eine Hütte. Jo, bin auf dem Weg. Unterwegs. Und dann vier Viecher? Ja, vier Viecher reicht. Für mich. Also vier. Ja. Erster mit vier. So sieht's aus, ja. Er lege vier Tiere und verwerte sie. Okay, machen wir wieder hier so. Okay, wie geh ich auch? So Rücken an Rücken und dann. Ja. Dann nur einfach irgendwo rein. Mhm. Ja. Kann ich da so hin? Ich glaub, ich geh hier unten mal gaffen. Vielleicht find ich da irgendwas. Wobei, hier fressen die auch. Wie flochen wir denn jetzt? Schwarz-Wedel-Hirsch. Die fressen die auch. Okay, bereit? Äh, jetzt siehst du ja nur. Drei, zwei, eins. Weidmannsheil. Attacke. So, jetzt aber. Jetzt aber. Du mit deinem Scheiß-Elchen unglaublich. Das ist eine bodenlose Frechheit. Ach fuck, ich hätt mir noch Deo kaufen sollen. Ey, kann ja nix dafür mit der Family da, Alter. Ey. Zählen auch Möwen? Nein. Die kannst du, die kannst du nicht verwerten. Ja. Also, du kannst die abschließend gerne versuchen zu verwerten. Also, so ist das nicht. Gut, dann fokussiere ich mich auf Stockenten heute. Ernsthaft? Nein, Mann. Aber das wäre schon, das wäre schon wild, wenn du vier, vier Händen einfach wegschießt. Aber du hättest auf jeden Fall meinen größten Respekt. Oh, immerhin. Ich glaube, das war schon ein Fehler, wo ich langlaufe. Ich glaube ich auch. Das ist irgendwie ungeil hier. Ich hätte gehofft, dass die hier saufen kommen. Ich bin auch direkt hier unter den Seelen. Du gieriger Specht. Komm, du hängst doch auch schon fast im See. Das sehe ich doch auf der Karte. In der Tat. Scheiße. Scheiße, wo könnte ich denn hin? Hier ist eigentlich auch gut, ne? Da saufen die. Guck mal, boah, hier sind sie am Saufen. Ich glaube, ich renne lieber doch wieder diesen Hügel hier hoch. Auf Vapiti-Jagd. Oh, Vapiti sind immer gut, ey. Ist das ein gieriger Specht? Kannst du schnell erlegen und verwerten? Ja, stimmt. Äh, Vapiti. Vapiti sind echt gut. Musst du halt nur finden, ne? Jo. Das ist ja schon schlecht hier. Ich hätte mich doch vorher, äh, mal einsprühen sollen. Ich stinke. Warte mal. Boah, sprüh doch mal. Bist du leer? Warte mal, Hami. Ich reihe doch mal. Ich muss über die Landschaft gucken. Kann ich einfach so eine Scheißvieche jetzt mal kurz aus dem Gebüsch gucken? Boah, das hoffe ich auch so sehr. Also bei mir, nicht bei dir. Was steht denn da oben am Horizont? So eine ranzige Tanne. Toll. Schau mal, Weihnachtsbaum. Wo bin ich hier überhaupt? Scheiße, da oben ist was, oder? Ich laufe ja richtig beschissen. Hoffentlich. Ich brauche einfach nur... Ich glaube, echt... Hä? Was? Ich brauche einfach nur einen guten Spot. Ich glaube, ich laufe gerade echt richtig beschissen. Ach, da den Berg hoch. Ah, okay. Weil ich glaube, so weit hier oben. Nee. Und vor allem, weil ich von unten komme, muss ich ja schrecklich nach oben schießen. Ja, sofort. Ja, stimmt. Hm, was ist das denn? Warnruf. Ich brauche den Highground. Ich brauche Tiere. Ich brauche ihre Tiere. Was? Oh yeah, oh Baby, oh yeah. Alter! Der schießt schon. Ich muss Gas geben. Das ist die Frage, ob ich es getroffen habe. Ich konnte es jetzt nicht so wirklich erkennen, tatsächlich. Alter, das ist ja richtig hart belastend. Ich sehe von hier oben auf der anderen Seite einfach so einen Viech lang latschen. Alter, wenn man das abschießen will, wäre absolut geisteskrank. Aber bis ich das Viech wiederfinde, das würde sich komplett gar nicht lohnen. Hoffentlich. Scheiße, keine Organe getroffen. Komm schon. Ich hoffe, es verändert trotzdem jetzt relativ schnell. Nee, mach mal nicht. Weil diesmal haben wir auch mit der guten Wurme geschossen. Und jetzt brüllt uns genau zeitgleich so ein ekelhafter Schwarzbär an. Vielleicht können wir den auf dem Weg auch noch über den Haufen schießen. Du kannst mal richtig schön chillen, wie wir es damit haben. Du, was ist das denn? Das ist Bambi, Alter. Springt von links nach rechts durch das Visier. Das gierige Viech. War es das? Oder war es ein anderes? Fuck! Geil. Okay, wo gehen die Spuren hin? Ist das 10 von 10 jetzt belastend gewesen? Hier geht das lang. Ist die Frage, da ist ein bisschen Blut. Sehr schön. Wo ist es langgegangen? Die Richtung. Dann ist doch alles scheiße hier. Ich bin halt einfach viel zu laut. Geil. Ja, ich auch, weil ich hinterher renne, weil die Zeit drängt. Aber ich habe gerade irgendwie wieder die Spur verloren. Da oben lief was? Na ja, Zeit drängt ja nicht wirklich. Ich habe ja nicht mal irgendwas... Ja, du bist aber schnell. Das ist das Problem. Bin ich denn schnell? Ja, wenn du was schießt, ist es platt. Bei mir dauert es immer so lange. Ach, guck mal. Hier ist das lange Rand. Hallo? Markier doch mal diese scheiß Spur. Da sind noch Spuren. Komm schon. Fuck. Ich habe es nicht getroffen. Oh, da ist das Blut. Sehr schön. Das gefällt. Hier ist kein Blut. Das gefällt nicht. Boah, ich hoffe, das ist die richtige Richtung. Nein, er hat geschossen. Der Drecksack. Sogar zweimal. Was ist das? Ein Psychopath. Ja, sicher, sicher. Scheiße. Ich kann doch jetzt nicht hier... Du hast schon irgendwas am Ausbluten. Und ich habe hier nichts. Fuck. Das gefällt gar nicht. Das ist der erste Schuss. Das war nämlich schon ein nicht-tödlicher Treffer. Das ist doch schon scheiße. Das ist schon mal gut. Der zweite war auch ein nicht-tödlicher Treffer. Wie geht das denn? Du bist doch krank. Nee! Scheiße. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Yes. Fuck, fuck. Nice. So, komm. So, komm. Next one. Next one. Komm, schnell. Schön schnell jetzt auch. Was ist das hier? Boah, das ist jetzt hier richtig Wettlauf, Alter. Was war das? Ja, lock mich an. Was? Du Schwein, Alter. Du Pokerface. Du hast doch gelogen. Du ziehst mich hier nicht ab, ey. Boah, ist das ein Schwein. Tut so, als würde er nichts finden. Und dann hat er da irgendwie... Richtig... Das habe ich auch zweimal geschossen. Undercover so ein Schwarzbär erlegt. Undercover voll. Und dann hat er noch Scheiße erschießt und dann... Also du brauchst jetzt nicht deinen Brumpfschrei irgendwie nachahmen. Hör mal. Ich muss das doch hier anlocken, oder nicht? Stimmt, genau. Ja. Stimmt, das war ja mit Spracherkennung. Ja, ja. Wo ist das Vieh? Call of the Hunter. So voice is calling me, Junge. Wo ist das Teil? Okay. Oh, das ist schon ein bisschen krank, ne? Ich habe doch hier gerade so einen Brumpfschrei gehabt. Wo ist das Kackvieh denn? Das warst doch du selber. Es ist da hinten lang gerannt. Wie schnell ist das Vieh denn? Es gibt aber ordentlich Hackengas, du. Scheiße. Ich bin auch einfach zu laut und stinke wie ein Illtis. Das ist das Problem. Oh. Das ist doch alles scheiße hier. Die Spuren hier sind auch überhaupt nicht hilfreich. Okay, der hat überhaupt nicht getroffen. Egal, kann ja sein. Vielleicht vom Wind noch ein bisschen getragen. Ach du Scheiße, das bleibt da hier einfach stehen, Alter. Das ist doch... Ist das schon down? Hä? Was ist mit dem? Der ist doch wieder verbuggt bei dir. Das stimmt doch nicht. Okay, es hat nicht gezuckt. Das müssen wir direkt mal nachprüfen. Vielleicht ist das auch wieder irgendein Grafikfehler oder sowas. Es sieht aber nach einem Illtis aus. Bitte sei verbuggt, bitte sei verbuggt. Bitte nicht, komm schon. Gib mir was, liefer was. Yeah. Ich muss ja so schon um die Ecke kommen. Yeah. Stimper. Oh, der hat gesessen. Lungenflügel. Für den Muskel. Für den Muskel. Perfekt. Was ist das hier? Wir hatten da hingewurstet. Ekelhaft. Sehr alt. Ja, dann viel Spaß. Sehr alt. Sehr alt hingewurstet. Was ist das hier? Laufend. Präriehase treffe ich eh nicht. Gut, nächster. Was steht da? Ich habe es aufgetroffen. Drohendes Klopfen, Alter. Verpiss dich, Mann. Ich schieße doch wie der letzte Spacken, Alter. Geil. Das gefällt mir. Das hat doch überhaupt gar nicht gezuckt, die Sau. I like. Nee. Viel zu viel Wind hier. Oh. Komm schon. Liefer mir was. Mach Daddy stolz. Hier kommt. Eason. Eason. Alter. Du bist doch krank. Elche. Elche. Fuck. Komm schon, liefer mir irgendwas. Das muss mir so richtig vor die Linse einfach rennen. Dass ich dann einfach nur noch abdrücken muss. Aus der Hüfte. Quickscoped. Hüfte. Hättest du wohl gerne aus der Hüfte, ey. Ich kann grad nicht mehr, Alter. Ich kann grad nicht mehr, Alter. Ich kann grad nicht mehr, Alter. Ich... als wenn deine dritte Kackviech jetzt eine Scheiß-Stockente ist. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Ich krieg keine Luft mehr. So Elche kriegt der nicht hinten, aber so scheißverkackte Stockenten. Aua. 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 Das tut weh. So. Okay, auf geht's, Konzentration Nur noch ein Vieh Nur noch ein Vieh, Digga Ich bin im Game Ich bin so im Game Fuck, fuck Yeah Gib es mir Oh yeah Es ist so gut Boah, ich hab echt Einen richtig beschissenen Position hier Tell me how your Position is Oh, absolut beschissen So, komm schon Irgendwo muss doch hier so ein letzter Gockel rumringen Der dann nach lechz Von mir erschossen zu werden Das war die Frage, wo Ist die Frage, wo, Leute Was ist denn jetzt für ein Gockel? Äh, keine Ahnung, nur mal so eine Stockente oder so So eine nichtsahnende am liebsten Warum denn jetzt wieder so eine Stockente? Äh, die wären mir am liebsten Nichtsahnend Polter Scheiße, scheiße, scheiße Da oben ist einer, glaube ich Oder ist das eine Möwe? Ist das eine Möwe, ne? Guck mal hier, so undercover Der Drecksack Kein Wort gesagt Ich brauch trotzdem noch zwei Viecher Fuck, wo sind diese Viecher? Warte mal, wo bin ich überhaupt? Ist das eine gute Position? Ich hoffe nicht Ich kann mal da lang hintingeln Vielleicht haben wir da noch ein bisschen was Ich guck mal gerade Das ist alles gerade absolut belastend Komm schon Ein Vieh noch, bitte Komm Komm schon Scheiße, ist zu laut, ne? Ja, ist zu laut Egal Egal, müssen wir uns beeilen Das ist leider hier ein bisschen lang rushen Und jetzt am besten irgendwie so einen richtig rötigen Scheißhase Warum? Warum nicht? Sehr alt Scheiße, komm schon Ich bin sehr alt gefällt Fuck Fuck, 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 fuck Wo sind die ganzen Viecher? Jetzt frage ich mich gerade auch Komm schon Bitte Tut mir den gefallen Jetzt nicht so schwer Das ist doch irgendwie so ein Viecher Man Selbst wenn es nur ein rundes Klopfen ist Aber hier ist ja nichts Scheiße, Mann Gib ihn doch nicht Wo sind sie? Komm schon, bitte Mir wird auch schon so eine Stockente ausreichen Verbiss ich mit dieser scheiß Stockente So eine kleine, süße Stockente Stocki, Stocki Stocki, Stocki Stocki, Stocki, Stocki Stocki Stocki, Stocki, Stocki Alter Ist das für ein Viecher? Fuck Fuck, der fliegt es Geht ja nicht eigentlich haben können, ne? Das ist nicht doch Wissen wir hier so ein Stockente Wir haben Mhm Also was ist denn mit dir? Dann so alles andere an Viechern Nix Stockente So An jedem fetten Oh oh Scheiße Ich muss mich verein Ey, wieso denn das denn? Du hast aufgehört zu reden Sobald er aufhört zu reden, ne? Mhm Was ist das denn? Das ist irgendwie so ein Bluss Das ist doch gerade richtig Oh, blöd ich hier am Ende Scheiße Scheiße Das ist auch nix Nix Was für ein Loch bin ich denn? Gelandet Das hier nix ist Scheiße Scheiße Jetzt muss ich rennen Run, boy, run, boy Die waren aber zu weit weg Ich tue das war schon mal kein tödlicher Treffer von hier hinten aus Als wenn der jetzt wirklich was geschossen hat Ja, ja klar Mehrere sogar Ach komm Ohne Scheiße jetzt mal Da muss ich jetzt nur Dringend hinkommen Ich hab dir lieber ein drittes erlegt Mich ist so nix Fuck, alter Fuck Wie kann ich eigentlich gerade eben so vier fette Elche auf einmal haufen Haben jetzt nix Komm schon, zieh an, Mensch Ich hab keine Zeit Du hast richtig viel Zeit Nee, nee, ich trau dir nicht Du bist nämlich so ein Pokerfels Alter, ich finde nichts Ich trau dir nicht Bitch Also ich bin hier auf der fetten Weite Hier läuft nix Ich fühl mich gerade selber komplett verarscht Irgendeine riesengroße Weite Und hier ist einfach nix Was ist da? Absolut nix Bin ich hier überhaupt Als wir mit dir hier gekommen Scheiße, komm schon Ich will nicht nur warten sollen Bisschen mehr ran Perschen, glaub ich Wär besser gewesen Perschen Die laufen auch so scheiße Ich will doch jetzt nicht so Spuren in irgendein Wald folgen, Digga Da treffe ich doch eh wieder nix Doch bitte, folgt denen Die sind gut Losung sehr alt Der lohnt sich überhaupt nicht Geil Lohnt sich überhaupt nix Als wenn hier nirgends Ich hab auch keinen Warnruf mehr gehört Der hat jetzt genüsslich seine Leiche gefunden Und wartet auf, dass er sich jetzt den dritten Mal geschossen hat Die Champions Ui Ich will das schon anfangen Die Champions Sie halten nur so Leute, riecht ihr das? Wisst ihr, was ich gerade meine? Nicht, nicht, nicht den Furz gerade, sondern Es riecht nach Sieg Es riecht einfach nach Sieg Wisst ihr, was ich meine? Ey, Mann Das ist dann, wenn man Ihr seht es gerade Goldtrophäe Wenn man von 137 Metern Direkt ins Herz schießt Eine Goldtrophäe erhält Und 1119 Tacken Und Gewinnt Yes Bitch I love it Nice Das hat geschmeckt Du hast so eine hässliche Stockente, weißt du Die fragt mich am meisten von an Ich freu mich schon, wenn du dir das Video selber anguckst Und diese Stockente siehst, wie ich sie erlege Auf deinen Nacken Oh, ja, Baby Ey, ist klar Und jetzt Am Ende Sehe ich einen Bär Schieße einfach random Einfach hinterher Und er ist tot Ins Herz getroffen Und Lungenflügel links und Lungenflügel rechts 1266 Tacken So am Ende Ah, Leute Kennt ihr diesen Talfait-Tarzan-Entertainment-Moment? Also Wenn ihr Wenn ihr es einfach nur genießt So gewinne So true Nice Ah, schön So schmeckt das halt, ne? Ich meine Wir müssen auch sagen Wir sind auch ein fairer Gegner gewesen Ja, so eine Stockente Ich meine Wir haben uns jetzt auch nicht Die leichtesten Die leichtesten Viecher rausgesucht, ne? So eine Stockente Wie kann man denn Random jetzt So eine scheiß Stockente schießen? Das kann doch nicht wahr sein, ey Oh yes It is true Ich habe im ganzen Leben hier nicht mal eine Stockente gesehen Dich? Hallo? Stell dir einfach mal einen Stock und eine Ente vor Das Vielleicht nur zweimal von diesen Viechern gehört haben Das ist ein Brumpfschrei, mehr oder nicht? Kannst du den vielleicht mal nachmachen, wie der sich anhört? Ich weiß ja nicht, was ich jetzt noch wüsste Schade Hätte ich gern gehört Ach schön Nice Ja Leute, ich würde mal sagen Es steht 1 zu 1 Wohlverdient Und Wir werden aber noch Ein letztes Battle Denn ihr wisst ja Einer muss gewinnen Hier geht nur einer als Sieger vorm Platz Aber Das machen wir jetzt nicht in dieser Folge Sondern in der nächsten Folge Also Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen Was quiekt mich denn jetzt da an? Entschuldigung Und bis zum nächsten Mal Haut rein, danke, ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal